Und ich rufe zur Waage aus Spanien, Christian Mottia. Kommt aus Dänemark, aus Dänemark, Dennis Ceylan. Herzlich Willkommen. 57,1, 57,1. Das Gewicht für Christian Mottia aus Spanien. Und jetzt sein Gegner aus Dänemark, Dennis Ceylan. Ein Mann, der zwölf Kämpfer hat, zwölfmal gewonnen. Der Baden ist also unbesiegt mit sechs Knockouts. 56,9, 56,9. Dennis Ceylan. So, face to face für die Fotografen. Es wird also der zweite Kampf morgen Abend sein zwischen den beiden im Federgewicht über sechs Runden.